Herzlich Willkommen bei der Vögerbauer GmbH. Mein Name ist Alexandra Niedermeyer und mein Name ist Johann Vögerbauer. Wir machen Ihre nachhaltige Elektroplanung mit Vögerbauer. Alarmanlage, Bioreaktor, Beleuchtung, Stahlwerk, Videosprechanlage, Walzwerk, Zufrittskontrolle, Hochofen, Heizung, Feuerverzänkung, Multimedia, Wasseraufbereitung, Rollläden, Papiermaschine, Verbrauchskontrolle, Laugenverbrennungskessel, Beschattung. Egal ob Neubau, Umbau, Renovierung und egal ob Privat, Gewerbe oder Industrie, immer mehr Technik zieht in unsere Gebäude ein. Zukunftsorientierte Elektroplanung wird immer wichtiger. Wir planen für Sie, Sie und Sie, Ihr intelligentes Zuhause, Ihr Gewerbeobjekt oder Ihre kosteneffiziente Industrieablage. Was verstehen wir unter einer optimalen Umsetzung? Fenstekontakte können sowohl als Melder für die Alarmanlage als auch zur Regelung der kontrollierten Wohnraumlüftung und Steuerung der Heizungsanlage eingesetzt werden. Durch die Einbindung einer Wetterstation schließen Dachflächenfenster automatisch. Markisen werden bei Wind eingezogen. Je nach Sonneneinstrahlung heben oder senken sich Jalousien und Rollläden. Was wollen wir denn unseren Kunden eigentlich vermitteln? Wenn er gedenkt, Haus zu bauen, dass er gleich mal zu uns kommt. Genau, damit er viele Sachen im Vorfeld schon berücksichtigen kann, die er vielleicht selber momentan noch nicht denkt, oder? Genau, es gibt da ganz pfiffige Lösungen, die den Kunden nicht viel kosten und recht effizient sind. Durch den Einsatz modernster Engineering Software ist es möglich, effiziente Montageplanung durchzuführen. Und Ihnen als Kunden dadurch Kosten und Zeit zu sparen. Was ist denn jetzt für unseren Kunden eigentlich der große Vorteil, wenn wir mit Ella Plan das Projekt planen führen? Wir haben jederzeit einen Überblick über das Projekt, egal ob Planung oder Ausführung. Cool. Und das können nur eine Handvoll Betriebe in Mitteleuropa? Genau. Ja, super. Wir gemeinsam mit Ihnen erarbeiten Ihr individuelles Konzept für Ihr perfektes Projekt. Und da stehen wir beide dahinter. Sie sind neugierig auf uns. Wir sind neugierig auf Ihr Projekt. Vielen Dank.